das ist schon mal gut ich glaube nicht dass wir den backsteppen können okay da kann hier auch zu glück ist ein versager hat mich nicht erwischt was bist du du bist schrecklich widerlich aber seine oh gott seine mensch ist nicht so gut und vor wir halten wir aus nein was du darfst dich nicht einfach so heilen das dürfen nur andere gegner machen nicht so mega fett sagt wie du halt das ist ein normaler gegner ich dachte es hat was okay ja was sucht doch noch mal okay kommt das war's jetzt mit ihm so was von franz alter kleine scherbe hast du auch so ein gelbes item des aua sorry dass er fallen lassen hat ich glaube das war ein anderer gegner okay ich habe angst vor den blitztippen hinter uns aber ich will das hier haben feuerhüter seele was was ist das hey du was geht was gibt es hier was soll ich dachte gerade ich habe gelacht weil ich dachte es wäre gesund hier kannst du deine sünden blablabla jo wo zahle ähm ging es da oben nicht gerade woanders lang feuerband schreien cool wo sind wir hier ist niemand was soll das ist für ein gebiet moment ja hallo ja hallo ich will ihr mir ein verbrechen ist ein verbrechen okay wir haben aber königskaufen alter 10.000 kosten die talismann was macht der ein medium zum wirken örtliche wunde Die meisten Wohnungen haben eine begrenzte Anzahl von Benutzungen. Okay. Ähm, okay. Wir haben keine. Ah, hier gibt es wahrscheinlich... Das sind wahrscheinlich diese komischen Zauberheilung. Oh. Egal. Komm mal wieder. Ja, 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 ja. Ich will jetzt aber nicht bei dem Bonnfeuer da hinten hin. Weil es könnte ja ein bisschen doof sein. Ich denke mal, hier kann man nur wieder zurück. Falls man Wunder kaufen will. Aber ich habe da was anderes gesehen. Das ist wahrscheinlich Selbstmord. Aber das will ich testen. Oder ich schaue jetzt mal. Hier, das da. Was ist das? Können wir da, kriegen wir da irgendwo ein Item? Ist ja natürlich cool. Oh nein, ich will es doch nicht testen. Ich habe es gerade gesehen. So, da hat man nichts gesehen. Hoffentlich stellt sich es nicht raus, dass man da ein cooles Item bekommt. So. Hm. Ich bin so untot. Bin ich nicht cool? Hm. Hallo. Ciao. Okay. Wie es aussieht, sind das keine... Ja. Wichtigen... Dings da ist. So, also der Speer gefällt mir auf jeden Fall. Aber ich will trotzdem auch gerne noch die andere Waffe verbessern. Dü-dü-dü-dü-dü. Weil, boah, geht es ab. Ding. Ding. Also, ich meine, boah, geht der Speer ab. Aber ich... Die andere Waffe sieht auch cool aus. Ding. Erstmal rasten. Natürlich. Kein Problem. Immer doch. So. Ist das nun die Frage? Waffe verstärken. Jetzt will ich das einmal testen. Das sind jetzt zwar zwei... die Paracel, die wir dafür verlieren werden. Wenn ich das jetzt hier mache. Pau. Okay. Noch einmal. Boah, jetzt kostet es zwei, um es nochmal zu verbessern. Mach mal. Kein Problem. So. Wir werden jetzt hier weggehen. Nochmal hin. War für Ver... Hä? Wir könnten das nochmal machen. Hä? Was bringt das... Wo ist da... Egal. Ich weiß nicht, was man da überhaupt verliert würde. Also... Warum... Warum wir das... Öfters hätten kaufen können. Jetzt will ich aber mal testen, ob ich den seinen Angriff blocken kann. Hey du, was geht? Hey. Können wir. Easy. Den machen wir jetzt kaputt. Oh. Versuchs mit Schützenposition. Was ist eine Schützenposition? Hinterteil. Ah! Schwäche Hinterteil. Alter, der kann hüpfen. Oh Gott. Der greift nicht so cool an. Okay. Ah! Ah! Oh, oh, oh. Hihi. Hä? Ah! Was hat der vor? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Heil. Okay. Heilt er sich? Nein, hat er nicht. Okay. So, wir können auch einfach vorbei rennen. Voll einfach. Schauen wir mal, was es hier hinten gibt. Wir kämpfen gegen den natürlich. Geschafft! Nein. Habe ich nicht. Um ehrlich zu sein. Aber. Oh Gott. Aber was zuhörig ist das hier? Alter, konnten wir da nicht wo... Hat er es auch noch woanders genommen? Hallo? Okay. Hier, schauen wir mal. Hm. Dem seine Magie ist voll schwach. Hätten wir was zum Zurückhauen, wäre das auch cool. So. Okay, der hüpft einfach zurück. Aua! Okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Ich will erst was anderes schauen, bevor ich hier verrecken gehe. Hoi, hoi, hoi. Okay, okay. Weil... Oh Mann, jetzt gibt es wieder so viele Wege. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich meine, wir könnten das Mod so bekämpfen oder vorbeirenden einfach nur. Und... Wir könnten auch noch hier lang. Was auch immer man da machen kann. Schauen wir mal. Jo. Hallo? Hallo? Ähm, was war das? Moment, wir haben sechs Estus. Geil! Also, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich schon mal ganz wenige Dark Souls 3 Videos gesehen habe. Was macht der? Okay, der verreckt ja nur irgendwas. Aber der Typ hier. Sind Dark Souls 3 super cool. Hm. 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 Oho. Entschuldigung. Ich wurde in Angst. Kein Problem. So, hier sitze ich, in ziemlich einer Schraubung, um meine Optionen, so zu sagen. Mhahahahahahahahahahaha. Still closed. Still closed. Still closed. Still closed. Ich würde die gerne aufmachen. Und dem helfen. Hallo, hier? Ah, wie es aussieht nicht. Hm. Aber da scheinen auch Gegner rauszukommen, weil dieser Blutwecker, der war da ja nicht umsonst. Ja, wir gehen nach vorne zurück. Mit uns zur neuen Estusflasche. Wenn wir jetzt hier pennen gehen, können wir noch sechs Stück. Okay. So. Wir könnten natürlich auch versuchen, mit einer anderen Waffe gegen den Typen da zu kämpfen. Gegen dieses Monster da unten. Gegen dieses widerliche Stück Dreck. Ding. 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 Hallo. Was geht? Warum schießt er nicht? Geht doch. Ich war gerade schon enttäuscht. Okay. Was? 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 So, Leute. Der eine... Dieses eine... Boah! Der Teil hat ja gesagt, wir sollen das Hinterteil schwächen. Boah! Monster Hunter. Oder vielleicht... Meinst du der, dass das die Schwachstelle ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall stand da irgendwas dran mit... Das tut weh. Auf damit. Oh Gott. Der erscheint irgendwie... Ein bisschen... Keine Ahnung. Fehlt der mir Fuß? Der Fug? Ich glaube, dem fehlt ein Fuß. Ah! Verkass mich doch nicht... Oh! Was soll das? Okay. Das war nicht so cool. Oh! 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 Das war ein Drecksack. Ich habe im Schweif. Tut weh. Ich hasse... Oh Gott. Wo hat er sich denn jetzt hin verkrochen? Ah! Aua! Der soll damit aufhören? Fratz! Fratz! Alter, was? Wenn wir den angreifen... Der blutet auf jeden Fall nicht. Hat der eigentlich einen Kopf? Ich glaube, der hat gar keinen Kopf. Wie kann er uns überhaupt sehen? Hm. Hm. Gost! Oh Gott! Ah! Hoh! Nein! 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 Na Mandir! Oh! Lass mich in Ruhe! Oh ho 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 ho... Schnell! atively... Ich habe es kapiert. Danke! Hä...? Okay. Ich weiß nicht. Ich will nicht mehr zurück, man. Aber der Typ... Der hat schon viel Schaden bekommen. Und der erwischt uns nicht, weil ein Versage ist. Nein, 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 chill mal. Lass mich kurz in Ruhe heilen, okay? So, jetzt aber. Hallo. Okay, 72 Schaden. Wie viel ist das im Vergleich zu anderen? Ich weiß es nicht. Okay, 24 mit dem normalen Angriff. Ja, geht doch. Au, au, au. Nein, 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 nein. Ich wiederhole mich. Ja, mach dein Elektroteil, das finde ich gut. Weil er da einfach nicht trifft dann. Und dann kann ich in Ruhe heimgehen. Okay. Huh. Okay. Ich glaube, hier an der Stelle ist man relativ sicher. Nicht wirklich komplett sicher, aber relativ. Okay, okay, okay. Ja, ja. Du kannst tüpfen, cool. Okay. Oh, ho, ho. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Hm. Ich weiß nicht, wie gut meine Idee ist. Oh Gott. Das war nicht meine Idee. Egal, ich kämpfe trotzdem an. Ist mir egal. Ich würde ja gerne, aber ich habe schon wieder keine Heile-Items mehr. Ähm, es gefällt mir gerade gar nicht, die Situation hier. Was heißt, nein? Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, da anders anzugreifen. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, ob wir das viel überhaupt töten. Ich würde es natürlich gerne versuchen, aber es wird gerade irgendwie nichts. Mann, nur Mann, nur Mann. So. Ja, ja. Was gibt es hier eigentlich? Entfachen. Ich weiß nicht mal. Ausfüllung. Ey, ich lasse das nicht mal mit Ausfüllung. Ich weiß nicht, was... Wir haben keine... Oh. Wir haben nur noch 5 Estus. Wir hatten doch gerade noch 6 Stück. Mann. Egal, nächster Versuch. Andere Waffe. Vielleicht wird das was. Der Fuck. Okay, er hat sich natürlich wieder gehypt. Sehr logisch. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay. Oh Gott. So, vielleicht ist es doch besser, hier so zu stehen. Okay, 100 Schaden. Das ist nicht so viel. Okay. Okay, okay, ganz ruhig. Was zur Hölle? Der darf nicht einfach so wegküpfen. Der hat viel zu viel Leben. Wisst du was? Nee, wir gehen einfach mal. Wir kämpfen vielleicht gegen den irgendwann, wenn wir mehr Schaden machen. Aber das geht auch so nicht mal. Das braucht viel zu lange. Oh Gott. Okay. Ich dachte gerade, er verfolgt uns. Wir gehen lieber hier lang. Wie? Was? Was bist du? Du bist widerlich. Okay. Fängt ja super an. So. Können wir hier auch einfach so. Die haben ja keine Schilder. Na gut. Ich blinder. Blutroter Moosklumpen. Verringert Blutungszunahme. Okay. Cool. Mir gefallen die Gegner hier aber nicht. Die sehen so unsichtbar aus. Die sehen so gut getarnt aus. Ey. Genau wie der Ort hier. Ich wusste noch, dass ich irgendwas gehört habe. Was? Sehr nice. Lila. Alter. Was sind das für Farben alles? Ups. Lila-Dings. Mindert Gifttoxin und stellt Status wieder. Äh. Statuswerte wieder her. Okay. Hier. Ich weiß nicht. Hm. 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 Ich bin in meinen Gedanken versunken. So. Aha. Item. Da unten ist ein Kratzer. Und da unten ist noch ein Item. Okay. Hm. Wie auch immer wir da hinkommen sollen. Hier kein Gegner. Versuch's mit Feind. Feind? Oh. Hey. Aufwächs an. Na was bist du? Boah. Das wollte ich gerade unsichtbar machen. Alter. Nein. Du machst dich nicht unsichtbar. Funkeltitan. Graue Brocken. Hey. Das ist das, was wir für den Helm gebraucht haben. Auch wenn ich den eigentlich nicht verbessern will. Aber. Cool. Achtung vor dir. Ritter. Oh. Ach nee. Was für ein Ritter. Hm. Sicher? Ist der hier nämlich kein Ritter. Ach. Da geht's noch weiter runter. Ah. Was zu hören. Hier sieht man kaum was. Hm. Wo soll hier ein Ritter sein? Egal. Ich hol mir einfach das Item. Das hab ich sicher. Oh. Oh. What the fuck? Was war das? Alles. Höhlensoldaten. So viel vergleicht, Mann. Lederrüstung haben wir bekommen, oder? Wie ist die? Mehr physische Abwehr. Weniger. Okay, okay. Ich weiß nicht, ist die cool? Schauen wir mal. Oh. Oh. Aber. Ups. Leder. Das Wanderer ist viel cooler. Hm. Maddo. Abgesehen von. Ja, hier. So viel Feuerabwehr. Und auch noch. Ja, ich lasse lieber das hier. Das hier mit dem. Keine Ahnung. Das lassen wir auch mal. Noch nicht. Haben wir einen anderen Ring? Nein. Dann. War es das hier? Damit erst mal? Warum haben wir Pfeil? Achso, Pfeil und Bolzen ist natürlich was anderes. Warum auch immer alles schwer machen spielen? Oh. Ach, nee. Aber ich will da nicht. Okay. Er hat gesagt, hier soll irgendein Ritter sein. Vielleicht war das auch der Tote einfach nur. Hm. Keine Ahnung. Ist das hier übrigens der richtige Weg? Ich bin mir bei dem Spiel nicht sicher. Das sind irgendwie alle Wege richtig. Oh. Wieder was. So viele Items, Mann. Das heißt, wenn wir hier vorrecken, ist es mir, glaube ich, ziemlich egal. Einfach. Oh. Ah. Ritter. Ja, ja, ja. Okay. Das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe. Hallo. Okay. Heilen, heilen, heilen. Oh Gott. Wir stehen da nicht so gut. Okay. Ich bin hier gerade nur runter, weil... Dings. Ich bin gerade nur wegen was anderem runtergegangen. Okay. Alter. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wie das gerade funktioniert. Ist. Okay. Ha. Ja, ja, ja. Ii, ja. Bye, bye. Schön, dich gekannt zu haben. Ich meine es nicht ernst. Nicht töten. Ah. Oh. Oh. Nein. Ich hole mir auf jeden Fall das Item. So, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Alter, wie das nicht einfach dreht, der Arsch. Ah. Okay. Ich wollte eigentlich angreifen von da aus, aber wie es aussieht nicht. Oh. Ah. Das funktioniert nicht so gut. Nicht so gut, wie ich erwarte. Nein. Nein. Nicht so schnell. Ich hoffe, so schnell zu sein. Okay. Der hat einen fucking... ...Sperr, Mann. Warum hat der einen Speer? Ah. Oh, oh, oh. Oh Gott. Nein. Hat der uns erwischt? Hat er nicht. Oh. Ey, was machst du? Was willst du eigentlich? Du hast auch die Hälfte von deinen... ...Wirklich? Ich hab den doch nur angegriffen, oder bin ich einfach so... ...Wirklich? Ah. So'n Scheiß. Mann, oh. Du kratzt mich auch mal kreuzweise. oh mann so ein dreck schön einfach vorbei rennen wir haben schon wieder ein estus bekommen und ich weiß nicht warum egal hey du was geht busch menschen hier ist voll schlimm einfach nur drauf hatten können bis sie tot sind ganz einfach mann 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 vielleicht sollte mit dem sperr gegen den kämpfen vielleicht ist es besser ich weiß es nicht so wollte gerade weg dürfen aber neun war hier der weg ja schon hier lang blutfleck ok nice 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 ich habe da und genau gesehen da waren gegner wahrscheinlich der arschkopf von vorhin schauen wir mal moment wir haben neue schild bekommen gras wappenschild es hat aber nicht 100 prozent schadenreduzierung na gut dann war ich finster wurzel finster wurzberg finster furzberg fast und gingst gelesen ich würde gerne meine seele wieder haben nein meine menschlichkeit ich hatte ja kaum seelen was steht da ist alles mit dem ritter ja achtung vor dir ritter hier muss man beibringen wie man wie man es bewertet schon hilfreich wo ist der ritter hier die frage ist was meine leiche pass auf leuchtfeuer wo ich vielleicht hier lang gehen leuchtfeuer ich weiß nicht ich denke schon wenn wir hier lang gehen ich habe hier so komische geräusche voll schlimm die mag ich nicht vor dem habe ich angst versuchst mit menschlichkeit mit ruhe und menschlichkeit dann stirbst du bestimmt nicht an was denn das für fücher ich will das item haben damit damit siehne soldat bye bye hey und wo soll jetzt das leuchtfeuer sein hier oben vielleicht hat mich jetzt auch einfach nur verarscht oh Gott der verfolgt mich ist das hier pass auf dick warenst okay verschlossen hallo wie geht's dir ich finde es gar nicht cool was du da warst was bist du warum existieren solche viecher hey was geht heulen heulen oh Gott warum haben wir solche Fettzecke über so viel leben gibt es ja nicht irgendeinen Trick andere Waffe nehmen ist vielleicht der Trick okay irgendwas ist gerade kaputt gegangen glaube ich okay ich darf aufpassen nein nicht runter nicht runter nicht runter nicht schon wieder bitte hey du was geht können wir den runter schuppen geh runter ich glaube nicht stirb doch hey was soll das gerade ah ja tot hä gibt es hier was ich sehe es so schlecht hier nein okay maner 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 mann wie kommen wir da rein alter ha ah was ich glaube das war ein ganz einfaches zeichnen an uns warum wir jetzt erst mal die aufnahme stoppen sollten hey was geht das war kein gutes zeichen das war einfach mal ein verpiss dich ganz klares verpiss dich oh mann wie viele szenen haben wir eigentlich wie bringt die steht nicht dran danke seele soldat seele was ich steigert die macht des estus flakons steige und ein paar stärker verkommen und zieht die da unendliche menschlichkeit an ihrer seelzeit kann sie die machte der estus flakons steigern einfach stärker estus flakons wirkt dichter in estus was eine zunahme an regenerierten tv mit sich bringt haben wir das für immer dann und bevor ich das einsetzt frage ich da lieber nach und ja ich hier wir hier weil nicht dass wir das einsetzen dann sterben wir dann haben wir es nicht mehr das war natürlich total doof aber ich würde mal sagen das reicht jetzt erstmal wir haben zwei voll coole waffen die voll cool sind und cool und cool und cool so oh hier haben wir noch die hier ach soo nice ok und ein voll cooles schild auch noch und den coolsten helmen natürlich mhm wie konnten wir wir können doch auch irgendwie ding ist das egal ok ja gut ich bin jetzt die folge und wir sehen uns beim nächsten mal ciao